hallo liebe pilots hier bin ich euer thomas minder hier habe ich die vision air von parkzone die habe ich schon ein bisschen länger die fliegen wir heute mal wieder ein bisschen spaßer und natürlich hat es das as 3x system drin das ausgleichssystem ich habe es aber fast nicht drin weiß schöner film zum klingen jetzt gucken wir mal ob er geht oder gucken wir mal ja 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 Oh, oh. Das war's für heute. Musik Hä? Wahnsinn, oder? Vielen Dank.